Confucius fragt, glaubst du, dass ein erfolgreicher Merch bereits eingepreist ist und glaubst du an ein mittelfristiges Flippening? Flippening bedeutet, dass die Marktkapitalisierung von Ethereum größer wird als die von Bitcoin. Und tatsächlich, wenn wir uns den Merch als Event mal von der Angebotsseite anschauen, ist es durchaus interessant, denn wir haben ein sogenanntes Triple Halving. Das heißt wirklich die Angebotsseite, die stark reduziert wird mit deflationären Tendenzen. Das gibt es bei Bitcoin nicht möglich, ist das bei Ethereum durch den EEP 1559 Standard, muss euch nichts sagen, aber bedeutet, wenn das Netzwerk ausgelastet ist, werden mehr Ethereum verbrannt als neu hinzugefügt. Deflationärer Charakter, also abnehmendes Angebot bei gleichbleibender Nachfrage, würde bedeuten, dass der Preis steigt. Hat also durchaus Potenzial hier mittel- bis langfristig nochmal ordentlich Wellen zu schlagen und genau deswegen glaube ich auch, dass ein Flippening nicht unmöglich ist. Warum? Wir haben ein Narrativ von Proof of Stake, wo wir zumindest nach außen hin tragen, Ethereum ist klimafreundlich. Dann haben wir Ethereum mit extrem niedrigem Angebotszuwachs. Gepaart dann bei steigender Nachfrage kann das durchaus explosiv sein und durchaus auch mit der Idee, auch mal Bitcoin hier anzugreifen und vielleicht zu überholen, wenn auch ich nicht denke, dass es zeitnah möglich ist. Ausgeschlossen ist es aber allein durch diese ganzen Mechaniken definitiv für mich nicht. Ost passiert, hängt auch an der Stärke und auch an der Platzierung und Wahrnehmung von Bitcoin, die alles andere als schwach ist, um ehrlich zu sein.